Judianer Playlist fragt Pete Smeet. Habt ihr euch schon mal in eurer Privatsphäre verletzt gefühlt? Ja, ich habe mich auf jeden Fall schon mal verletzt in meiner Privatsphäre. Es gab schon Leute, die sind mir hinterhergelaufen oder haben Klingelstriche gemacht oder haben E-Mails geschrieben, irgendwie anders Kontakt aufgenommen. Ja, wenn du dann ab und zu bei Steam mal so auf alle Freundschaftsanfragen löschen drückst, dann gibt es so 10 Leute, die sind da immer drin. Super strange. Ja, habe ich. Diverse Male schon. Teilweise ist das sehr ausgeartet. Also ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ne, Klingelstriche oder sowas nicht. Privatsphäre. Kann mich nicht erinnern. Ne. Ja, auf jeden Fall ist durchaus schon vorgekommen bei... Wait, Klingelstriche bei euch zu Hause? Naja. Also das nicht, aber es gab schon mehrere Bereiche, wo ich so ein paar Sachen ein bisschen strange fand. Und einmal wurde bei mir eingebrochen. Und bevor der Polizist irgendwas gecheckt hat, und das war während der Corona-Pandemie, wollte ein Foto mit mir machen und hat mich so voll in den Arm genommen. Während der Pandemie. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll, weil es war ein Polizist. Das war ein bisschen strange. Oder wenn Lieferanten oder Postboten sagen, hey, cool, dass hier Pizmeet wohnt. Dann denke ich mir scheiße. Belastend. Oder es gibt so ein paar Momente, wenn Leute heimlich Fotos machen von mir. Das ist auch immer ein bisschen unglücklich. Vor allen Dingen, wenn ich gerade mit jemandem wie meiner Freundin unterwegs bin. Das finde ich nicht so geil. Dann frag lieber. Ich sage eigentlich immer ja. Solche Sachen. Zum Glück habe ich mich noch nicht in meiner Privatsphäre verletzt gefühlt. Zumindest nicht so wirklich. Manchmal ist es vorgekommen, dass beim Einkaufen oder so, dann die Leute, naja, nicht, also nachdem die dann mit dir gequatscht haben und vielleicht sogar ein Foto bekommen haben. Oder man einfach nur geredet hat, dass sie dann halt nicht mehr ging. Doch, wir wurden auf jeden Fall einmal... Okay, jetzt fällt es mir wieder ein. Also, das sind ja so Kleinigkeiten. Dass dann irgendwann der Absprung nicht geschafft wird von den Leuten, weil sie vielleicht so aufgeregt sind oder so. Das ist alles harmlos. Aber wir hatten einmal nach einem Event, das war ein Kino-Event in Berlin, da gab es einen Zuschauer, der nach dem Event extra noch gewartet hat. Weil wir sind halt später dann erst, irgendwie eine Stunde später, nachdem das Kino-Event, das war so ein Community-Event, wo auch Zuschauer mit Plätze gewinnen konnten und so. Und dort gab es dann den Fall, dass wir eine Stunde später dann rausgegangen sind. Und der dann da immer noch stand und meinte, yo, hey, wollt ihr nicht mit mir noch in Berlin was trinken gehen? Und wir so, nee, wir fahren jetzt ins Hotel, wir müssen morgen früh wieder zurück nach Hause. Deshalb machen wir heute nicht Halligalli. Trinken vielleicht noch ein Bier an der Bar. Und dann war es das. Und er ist dann mitgelaufen. Wir sind dann quasi bis zum Taxi-Stand gelaufen, was ein Stück war. Da ist er mitgelaufen. Das war dann so, hm. Und er war die ganze Zeit so, yo, lass mal noch weggehen. Und ja, war ganz komisch. Und ja, der wollte uns dann noch auf ein Bier in der Kneipe einladen, was super lieb ist und so. Der meinte das alles bestimmt gut, ja. Aber er hat nicht verstanden, dass er dort eine Grenze überschreitet. Und er wollte dann sogar noch mit dem Taxi mitfahren. Und dann war so, ja, dann haben wir gesagt, nee, tu uns leid. Wir passieren noch nicht weiter, wir fahren jetzt super lieb von dir. Aber nein, du überschreitest ja eine Grenze, die du nicht überschreiten willst. Und ciao. Also das war wirklich, das war unangenehm. Halt für uns auch, weil wir das nicht gewohnt sind, weil wir echt eigentlich sonst nie Probleme haben mit unseren Zuschauern, denen zu sagen, hey, du bist jetzt einfach mega aufdringlich. Und das geht jetzt zu weit, das haben wir eigentlich sonst nie. Das will ich auch eigentlich, also, ne. Das war jetzt. Wirklich. Ja. Wirklich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.